Wie ihr schon gehört habt, geht es heute etwas sportlicher zur Sache, denn ich sitze im Ford Fiesta ST, der Sportvariante des Kassenschlagers. Was diese kleine Rennschüssel hier alles unter der Haube hat und ob sie vielleicht sogar bei der nächsten Rallye mitfahren könnte, das finden wir jetzt gemeinsam auf einer Probefahrt heraus. Herzlich willkommen bei Denebier TV. Der Ford Fiesta ST ist mit einem 3-Zylinder-Eco-Boost-Motor ausgestattet. Dieser bringt satte 200 PS auf den Asphalt. In nur 6,5 Sekunden besteunigt das Auto von 0 auf 100 und erreicht seinen Top-Speed bei 232 kmh. Pures Rennsport-Feeling also. Und dabei hört man so schön das Röhren des Motors und das Knattern der Schubabschaltung, wenn ich dann mal vom Gas gehe. Von außen natürlich noch eine Nummer lauter als hier drin, aber hört einfach mal selbst. Die zwei Auspuffrohre da hinten verfügen nämlich über eine Klappensteuerung und verändern somit je nach Fahrmodus auch ihren Sound. Und im Sportmodus klingt der Fiesta ST dann richtig genial. Und auch von außen trägt der Fiesta ST seinen Jogginganzug. Die dynamische Front hier mit langgestreckten und aggressiven Scheinwerfern im LED-Design sieht schick aus, ist ein Hingucker. Ebenso vorne das ST im Kühlergrill verrät, ich habe hier ein bisschen Power unter der Haube. Aber ansonsten ist dieser Fiesta ST relativ unscheinbar. Abgerundet wird das Design dann hier am Heck durch einen gar nicht mal so kleinen Dachkantenspoiler und unten der klassische Diffuser. Und jetzt will ich aber wieder ab auf die Straße. Auf geht's! Das Fahrverhalten des Flitzers lässt sich über die verschiedenen Fahrmodi einstellen. Insgesamt gibt es davon drei. Normal, Sport und Rennstrecke. Je nach gewähltem Modus wird hierbei das Motor-Mapping der Drosselklappen, des Gaspedals und des Lenkverhaltens fein abgestimmt. Widmen wir uns doch nochmal den Fahrmodi hier im Fiesta ST. Das Ganze beginnt ja mit Normal. Aber mal ganz ehrlich, so einen Fiesta ST, den merkt man auch im Normalmodus an, dass das ein sportlicher Kompakter ist. Also der Klang, der ist auch in Normal absolut sportlich ausgelegt. Und auch die Schaltung, das Fahrwerk, das merkt man einfach, dass wir hier in einem Sportkompakten sitzen. Weiter geht's ja dann mit Sport. Da wird, wie schon gesagt, dann das Motor-Mapping so ein bisschen verändert. Und ich habe eine etwas präzisere Gasannahme. Und vor allem am Sound hört man dann doch dieses Knattern beim Gas wegnehmen oder beim Runterschalten. Das ist wirklich schön und erst im Sportmodus verfügbar. Aber wie gesagt, sportlich ist das Ganze im Normalmodus auch schon. Als drittes haben wir dann noch Rennstrecke. Gut, da wird dann das ESP ausgeschaltet. Ist wirklich nur für die Rennstrecke gedacht. Und hiermit kann man es mit dem ST, hier Fiesta ST, dann richtig krachen lassen. In der Mittelkonsole des Ford Fiesta ST finden wir ein freistehendes 8-Zoll-Touchscreen mit dem modernen SYNC 3. Außerdem ist eine Bang & Olufsen-Soundanlage verbaut. Neben dem Motorsound ist also auch die richtige Musik dabei. Wenn man sich für das Exklusivpaket entscheidet, sind beide Auszeitungsmerkmale serienmäßig an Bord. Mit dabei sind außerdem diese sehr schönen Recaro-Sportsitze, die mir während der Kurvenfahrt viel Seitenhalt geben. Das Lenkrad fühlt sich sehr dick an, wieder sehr schön. Und auch die Handbremse ist hier mit Leder überzogen. Also das versprüht auf jeden Fall Wertigkeit. Als ST macht der Kleine hier also richtig auch dicke Hose. Mir gefällt das ja sehr gut. Aber wie ist eure Meinung? Passt das zu so einem Kleinwagen? Schreibt mir das gerne mal unter dem Video in die Kommentare. Der Ford Fiesta ST ist in einigen Kreisen sogar als der bessere Focus ST bekannt. Sein geringes Gewicht sorgt für viel Fahrspaß und bietet jede Menge Action. Der Basispreis von 24.350 Euro für den Dreitürer macht den Einstieg umso leichter. Also ich kann sagen, der Ford Fiesta ST muss sich absolut nicht verstecken. Er vereint Dynamik mit Sportlichkeit, bringt das alles sehr gut auf die Straße. Und wer von euch selbst mal Rallye-Feeling verspüren möchte, naja, der schnappt sich den Rennflitzer hier einfach zur Probefahrt. In der Zwischenzeit abonniert ihr den Kanal und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder bei Denebier TV. Ciao! Bis zum nächsten Mal!